Da haben wir gesagt, wenn man abschaut, hier eine Minute, 28, wir waren nach sieben Sekunden, haben wir schon das erste Mal aufs Tor geschossen, war also aufs Tor, die Wannschiedsweg rechts, nicht gut gelungen, aber wir haben gesagt, wir wollen eigentlich ein Mittelfeldpressing machen, in dem Bereich abwarten, wenn sie spielen, wenn wir vorne sind, okay, wir attackieren, gehen nicht zurück, weil wir hier, dann vielleicht 25 Meter bis zum Tor, hinter die Mittellinie kommen, aber 50 Meter, also, es ist besser, nur 25 zu 80, wenn wir alle kommen, dann rein, abwarten. KK, wir haben sie immer wieder unter Druck gesetzt, haben immer wieder Fehler gemacht, okay, wenn man hier sieht, gleich wieder Druck, wenn ihr den Rücken zu mir habt, seht ihr nicht, wo ich bin, ich kann attackieren und kann kurz stehen, kann mich unter Druck setzen. Gut gestört. Gut gemacht, da stehen alle hoch, okay, bald gelust, aber wir bleiben dran. Und, wenn die Gegner unter Druck ist, haben wir nach dem Niveau, auf dem Level, das klingt auch.